Wir verklagen Sie. Die Sender verklagen? Die Rundfunkvorschriften besagen, dass Sender dafür sorgen müssen, bei einer politischen Wahl allen Kandidaten die gleiche Sendezeit zu gewähren. Alle. Also suchen Sie einen Anwalt, der uns ein Schreiben aufsetzt, damit die Sender nicht vergessen, dass ihre Lizenzen rechtliche Pflichten einschließen. Wir haben nicht genug Geld für unsere Kampagne, aber verklagen die Fernsehsender. Klar.